Es ist Dienstagabend und man liest in Twitter folgendes. Einige der größten Investmentfirmen der Welt, der USA, bauen eine eigene Bitcoin- und Krypto-Exchange. Unter anderem sind dabei Citadel, Charles Schwab und Fidelity Digital Assets. Richtig, richtig wild. Noch dazu auch top geupdatet in der Telegram-Gruppe. Die Deutsche Bank hat ebenfalls heute einen Antrag gestellt, dass sie digitale Assets anbieten können. Unter anderem natürlich Bitcoin. Das sind die News, die in einem Bullenmarkt neue All-Time-Eyes für Bitcoin bedeuten würden. Und der Vorteil von uns, der Bitcoin-Preis ist noch nicht dort. Wir können jetzt mit diesen News, mit diesen fundamentalen Neuerungen dazu stoßen. Wir können jetzt natürlich unser DCA mit solchen fundamentalen Hintergründen weiterführen. Und das sieht man im Bitcoin-Kurs extrem. 28.000 Dollar, mal ebenso geknackt. Heute im Video noch den Ausbruch besprochen, welche Möglichkeit, welche Hintergründe hier für die bullische Richtung sind. Wenige Stunden später ein sehr bullischer Ausbruch. Wie in diesem Sommerloch jetzt schon üblich, das Volumen sehr, sehr, sehr gering. Hier muss man natürlich etwas nacharbeiten. Aber wir gehen auf alle Punkte ein, die jetzt wichtig sind im Charts. Die aktuellen Preisniveaus und natürlich meine Copy-Trades, die ich mit euch natürlich hier gemeinsam aufgebaut habe. Um den 25.000 Dollar Retest von Bitcoin Perfekt zu nutzen, spielen uns jetzt gerade extrem in die Karten. Alle Details über auch die Gridbots und sämtliche Aktionen gibt es in diesem Video nach dem Intro. Und ja, meine Brille ist gebrochen. Ich musste die gerade noch mit Tesafilm zusammenkleben. Aber für Bitcoin 28.000 Dollar mit diesen News muss man natürlich immer bereit sein für ein Update-Video. Und genau diese Themen sind heute auf jeden Fall extrem wichtig. Nicht nur dieses große Chart-Pattern, was der nette Nebeneffekt von der ganzen Hodlerei in den letzten Monaten ist. Wo wirklich die Liquidität von den Börsen abgezogen wurde. Ob Ethereum, ob Bitcoin. Welche dieser beiden Kryptowährungen auch immer. Sie sind auf den Börsen extrem rar. Und es wird schon der nächste Bullrun gefeiert. Denn mit diesen News kann man definitiv davon ausgehen, dass wahrscheinlich schon der ein oder andere Dollar in Bitcoin fließen wird. Und kein Retail-Dollar, sondern das schlaue Geld sich vorher nochmal platzieren wird. Die 28.000 Dollar werden hier so extrem gefeiert. Wobei natürlich der Hintergrund, was uns auf die 28.000 Dollar gebracht hat, ist nochmal um ein Vielfaches größer. Aber man muss natürlich bedenken, bei dieser großen Sache. Hier sind wieder die Nummer 1 Investmentfirmen der Welt am Start. Citadel, Charles Schwab und Fidelity Digital Assets. Das Problem dabei, die wollen natürlich nie das Beste, die wollen nie das Dezentrale für die meisten Investoren. Hier könnte Bitcoin natürlich in einer Scheinform wieder verkauft werden. Wir sehen es auf jeden Fall dann definitiv in Zukunft, wie genau das Ganze aufgebaut wird. Wie genau die Konditionen bei diesen ganzen Möglichkeiten lauten. Auf jeden Fall extrem wild. Dass sich jetzt aus Klagen der SEC gegen Coinbase und Co. jetzt einfach die Größten der Großen zusammentun. Diesen Job vermutlich einfach übernehmen für die großen Investoren. Hier natürlich der Ansporn, gut und günstig noch zu kaufen. War in den letzten Tagen auf jeden Fall gegeben. Die 25.000 Dollar als Retest war schon seit über einem Monat bei unseren Trading-Überlegungen natürlich ein Hauptfokus. Und deshalb hier auch wirklich schön den Boden mitgenommen. Dieser Korrektur vorerst bei 25.200 und 25.600 nochmal long gegangen. Wenn du meine ganzen Trades natürlich mitverfolgen möchtest auf der Börse BitGet, kannst du meine komplette Trading-Historie mit einsehen. Und du bekommst beim Anmelden bei der Börse einen bis zu 8.000 Dollar Deposit-Bonus. Wie du aktuell bis zu 150 Dollar noch fürs Grid-Traden on top bekommst, was hier auch in den letzten 10 Tagen wieder unglaublich gut performt hat, kannst du in meinem neuen Video von heute ansehen, wo wir eben genau noch diese Szenarien besprochen haben. Bis dahin auf jeden Fall eine Sache wichtig. Das Jahreshoch aktuell bei 31.000 Dollar steht jetzt in meinem Fokus. Hier wird auf jeden Fall der Kurs wahrscheinlich die Bewegung fortsetzen. Mit diesen News kann es natürlich aber auch sein, dass wir sehr bald in unser bullisches Jahresziel reinkommen. Und zwar über die 32.000 bis 33.000 Dollar. Ab hier wäre aufgeräumt, müsste man sagen. Denn ab dort ist wenig Gegenverkehr. Die Hodler müssten gegen die ganzen neuen Käufer verkaufen. Das vor dem Old-Time-High. Wird vielleicht nicht sofort passieren. Vor allem, weil jetzt noch viel Geld durch diese ganzen News reinkommen kann. Die Banken werden vermutlich hier definitiv schon platziert sein. Das kann mit dieser ganzen Schockwelle an Klagen und Problemen rechtlich schon den Weg geebnet haben, nochmal günstig einzukaufen. Und wir haben definitiv gesehen, dass die Padding-Seller einfach günstig an die großen Institutionen abverkauft haben. Und jetzt natürlich, wo gekauft wurde, die Lichter auf grün gestellt werden. Wichtig wird einfach zu beobachten, inwiefern das Ganze seriös und für den Endverbraucher grundsätzlich gestaltet wird. Welche Leute natürlich zuerst investieren können, wie fair das Ganze gestaltet wird. Und natürlich, wann und wie die Sachen umgesetzt werden. Weil natürlich auch ein Fake-Out kann viele Leute hier nochmal, die spekulieren, ganz tief in die Minuszone reißen. Deshalb mache ich jetzt keine unüberlegten Handlungen auf dem Markt. Meine Long-Positionen sind seit Wochen schon gesetzt. Das Einzige, wo ich nochmal eine Long-Position eingehen werde, ist bei einem Read-Test. Wo wir dann tatsächlich diesen aktuellen Hochpunkt des Ausbruchs übertreffen. Hier bei einem mit Volumen supporteten Ausbruch über diesen Hochpunkt, werde ich noch einmal eine letzte Long-Position eingehen. Bevor wir hier wirklich in die 31.000 Dollar zum Testen des Jahreshochs reinkommen. Ich wünsche auf jeden Fall jedem maximale Profite mit den Infos. Und lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Wenn ihr gerne diese schnellen Update-Videos in YouTube hochgeladen haben wollt, dann werde ich das auf jeden Fall jederzeit gerne machen. Und euch durch diese ganzen Trading-Strukturen für die nächsten All-Time-Highs auf jeden Fall begleiten. Wird eine richtig gute Sache, diesen Bullrun früh am Start zu sein. Wir merken es fundamental, baut sich Bitcoin auf. Und der Markt hat auf jeden Fall Rückenwink durch die steigenden Aktien. Und wahrscheinlich auch die gut in die positive Richtung laufenden Makrodaten. Dementsprechend vergesst nicht das Video zu liken, den Daumen nach oben da zu lassen und zu kommentieren. Wir sehen und hören uns dann schon morgen früh mit den neuesten Updates. Wir lassen diese ganze Geschichte einfach mal spruchreif werden. Und werden dann morgen detailliert auf diese ganzen Infos eingehen und sie analysieren. Ich wünsche bis dahin jedem maximale Profite. Wir sehen und hören uns. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao, ciao.